herzlich willkommen zurück zu let's play the last of us weiter geht die kiste hier wird immer noch im hotel haben wir alle gegner erledigt hoffentlich jedenfalls das haben wir gar nicht mehr immer treppe hoch wir gucken was uns hier so erwartet ebenfalls eine blockierte treppe warte lass mich das aufmachen mal sehen wo wir landen das wird ganz schön eng aber dann komm Was war der denn gerade? What the fuck? Alles okay? Nein! Du hast mich zu dort erschreckt! Wenn mir das gut ist, dann was anderes. Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Ich versuch's! Ich versuch's! Oh! So, seh ich jetzt nix, wo ich noch weiter kommen kann. Ich versuch's am Nebenraum hier. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Das ist ja der Hammer. Dann muss ich wohl doch hier irgendwo weiter. Was ist denn hier? Oh, Moni, immer gut. Kann man noch mal gebrauchen? Wo geht's denn hier jetzt lang? Hier kommt eigentlich jemand richtig vor irgendwie aber. Das ist ja nicht, wo ich hier dann bin. Hm. Ich versuch's mal hier irgendwo unter. Von Norden komme ich ja. Aha! Ich kann da mit so einer durchtauchen, oder? Hier rein. Ich würde auftauchen. Oh! Liegt er sich noch so weg hier. Das wurden wir nicht. Genau. Das ist der Ansatz des Gitters. Das ist einfach an. Wtf. fuck hoch Oh, die hat schon wieder Klick-Aktion hier. Das war nur ein Schläger, wenn mir das Rottet hört. Oh, die Scheiße, die Digger. Oh, die Scheiße, die Digger. Oh, die Scheiße. 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 Das kann man machen, ja, ist gut. Oh, Moment, ich kann es wieder hören. Fertigungszeit, das wäre nicht schlecht. Mediklinien einigbar, ich glaube, Fertigungszeit ist besser. Oh, Moment, ich kann es wieder hören. Nagorno-Free-Element ... ... ... ... ... ... Die neue Sonne mit dem Bild sind und recht... Boah, die hieße weg hat er. Scheiß Teil! Gott, Scheiß Teil! Mist! Ich suche so nieder. Verdammte Kacke. Oh Mist! Ich schau mal drinnen an die Viege einmal rum. Jetzt kann ich hier nichts entdecken. Obwohl ich die Vögel kann auch noch verwenden könnte. Aber die verdammte Vögel kann doch irgendeinen Sinn haben. Hm. Hm. Ach so. So gut, dass ich die falsche Schlüsselkarte habe. Den Generator hab ich gar nicht gedacht. Kommt an. Kommt an. Komm! Das war's für heute. Das ist nicht für so einen riesen Viertel Dorf, oh mein Gott. Das war's für heute. 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 Wer kommt denn davon? Ich bin immer viel weniger. Oh mein Gott. Das war's für heute. So, ein Versuch jetzt noch. Und wenn das wieder nicht klappt, dann mach ich erstmal das Folgenende. So. Oh oh. Also ich finde nur gegen den Großen wird ja schon reichen, ganz ehrlich. Ach guck mal, ich will das jetzt schaffen, ey. Und ein bisschen geht noch. Ja, dann geht's. Dann geht es auf. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Loll! Alter, geht der auf den Keks, das ist unglaublich. Loll, ich habe den Sneaky hier unten, wenn ich nur den großen Marsch habe. Der ist viel zu betrieben, der ist viel zu schnell und viel zu stark. Das ist ein Endgegner, das hat. Ja, vielleicht sehe ich mich gar ein bisschen bobiger, das kann sein. Das ist ein Endgegner. Das ist ein Endgegner, 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 das ist ein Endgegner, das ist ein Endgegner. Das ist ein Endgegner, das ist ein Endgegner, das ist ein Endgegner. Zum ersten Mal. Flummen und Alkohol, da soll ich Luft mehr holen. Ah ja, ich bin da gerade noch dran. Da kommt er um die Ecke und greift sofort an, während ich gerade an einem Kampf bin, das heißt die anderen muss ich mich komplett durchdurieren, aber es geht auch nicht, da die mich angreifen. Ich bräuchte echt Molotow Cocktail, aber habe ich ja einfach nicht. Ich bräuchte echt an, wenn ich nicht loswerde, kriege ich von der Seite an, ja. Ich bräuchte echt an, ja. Was kann ich jetzt machen, damit ich das... Ich bräuchte mal, ob ich das fort kann nochmal. So, und wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich wieder die kurze Pause. Ich bräuchte mal. 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 Ich bräuchte halt. Ich möchte doch die Schotten nutzen, die greifen immer vorn hinten. Oh mein Gott, sie greifen die los, und der weiß es wird, ja. Aber was auch immer mehr macht. Ja, Rudi würde sagen, äh, das machen wir in der nächsten Folge weiter, denke nochmal ganz klar drüber nach, was ich da jetzt machen kann. Und bis dahin, haut ihr rein, Leute, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss!